Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play BeatBody. Wir befinden uns im dritten Level der Ruine. Nicht ganz einfach, weil wir hier auch Seitenwechsel und sowas haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich nicht gerade den Weg wieder zurückgehe. Ich glaube, ich kam von hier, aber ich bin mir nicht sicher. Das wäre natürlich ganz schlecht. Ich bin von hier gekommen. Ich bin den Weg irgendwie zurückgegangen, glaube ich. Was natürlich totaler Murks ist. Das hatten wir eben. Ich habe irgendwie, bin ich falsch abgebogen irgendwo. Das ist schlecht. Ich komme nicht durch. Das ist die Frage durch die Drehung, ob wir hier überhaupt richtig sind. Gehen wir da mal durch. Äh, beweg dich weg. Oh, Schande. Okay, vier Sterne. Das ist auf jeden Fall neu. Ja. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das sieht mir nach Neuland aus. Neuer Checkpoint ist schon mal super. Oh, was? Eine Orkel? Ich dachte, die Dinger wären schon längst ausgestorben. Gewaltige Biester, wenn ich mich recht entsinne. Obwohl bei dieser hier offenbar zwei Soundquellen fehlen. Armes Ding. Folge einfach den Pfeifen. So solltest du die Reserve Soundquellen finden. Okay, wieder zu Fuß unterwegs. Ja, den Pfeifen voll. Schauen wir mal. Wuii. Krabwünsche. Mh, lecker. Schmeck's ja bestialig. Okay, den wegnehmen und da dran so wahrscheinlich. Okay, aber wie komme ich jetzt wieder rüber? Hier durch ja wohl kaum. Okay, man muss das wieder schnell machen. Sieht auf jeden Fall so aus. Wie soll das denn gehen? Okay, vielleicht übersehe ich noch was. Vielleicht brauche ich noch zwei davon. Machen wir den jetzt mal wieder dran. Was bringt mir der da? Gar nichts. Hm, hier ist auch nichts zum Schießen. Was ist das, wenn wir hier reingehen? Können wir da raus? Äh, da wollen wir noch gar nicht rein. Können wir hier oben rein in eine von den Röhren? Nein. Das geht nicht. Okay. Wir kommen auch nicht mehr zurück. Das heißt, es muss ja hier sein eigentlich. Es muss eigentlich hier weitergehen. Hm. Das ist echt eine knappe Sache. Nicht ohne gewesen, fand ich. Aber es muss ja auch schwerer werden, sonst ist der Reiz ja weg. Okay, dann können wir rein. Ja. Können hier noch was abstauben. Unwichtig. Hui. Hm? Okay, es geht voll auf Zeit. Da oben stürzt irgendwas runter. So wie das aussieht. Halt. Nein. Oh Gott. Ach du Scheine, ach du Scheine, ach du Scheine. Krawasche. Ja. Hätte wohl schneller sein müssen. Okay. Ich muss gar nicht aufhalten, wie lange mit denen. Ach du Scheine. Panik breitet sich aus. Jetzt aber. Alles vorbei. Unwichtig. Ja. Sowas kostet natürlich Zeit. Nichts wie weg hier. Es geht, glaube ich, direkt weiter. Das Soundstation. Okay, wir kommen uns erst mal an den Soldier hier. Ob er mich noch hier Hauer macht. Hm. Hatte ich ihm auch gesagt, dass die Soundquellen etwas instabil sind? Nein. Nach einer Weile neigen sie zum explodieren. Er sollte sich besser beeilen. Ach, das findet er schon selbst heraus. Ah, super. Okay, das Teil da unten explodiert jetzt gleich. Sollten wir wohl etwas wegbleiben davon. Doch, nicht. Also bei mir sind sie dann nicht explodiert. Keine Ahnung, wovon der redet. Vielleicht geht es jetzt auch auf Zeit. Folge einfach dem Fall von so, als ob sie die Reservequellen finden. Ah, ich honk. Jetzt kapiere ich. Ich hätte das Teil da unten, was da am Blinken war, mitnehmen sollen. Ich bin zu dämlich. Ich kann es weg nochmal zurück. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich hoffe, dass wir da schnell ankommen. Ah, hier oben das Teil ist auf. Super. Das ist ja schon mal eine Abkürzung. Und wir kriegen ein bisschen Energize. Komm, rein da. Sag los, ich muss jetzt nochmal da runter. Wird nicht verfolgt. Das ist ja schon mal ganz gut. Doch, da ist irgendwas hinter mir her. Okay, das Teil nehmen. Und jetzt haben wir noch eine ganz Zeit, bevor es explodiert. Jetzt sehe ich das richtig. Wahrscheinlich bis dieser Kreis verschwindet. Okay. So, dann muss ich doch etwas beeilen. Oh Gott. Das ist doch gleich viel besser. Wir kriegen dich schon wieder in Gang, alter Junge. Macht dir keine Sorgen. Es fehlt nur noch einer. Hm? Aber wo kriegen wir den einen her? Wo waren wir noch nicht? Ich habe nicht genügend Power. Fahrzeug können wir nicht nehmen. Da oben waren wir noch nicht, ne? Genau, hier ist noch eine Röhre. Schauen wir mal. Hier geht es bestimmt zum nächsten Teil. Hier geht es bestimmt zum nächsten Teil. Ok, in dem Sinne nichts weiter. Da kommen wir nicht durch. Muss ich das so irgendwie hoch bringen, das Teil? Ne, einfach nur drehen. Sehr gut. Also das finde ich bisher das Level, was mir am wenigsten Spaß macht von dem Sound her. Waren die ersten beiden irgendwie cooler. Ok, damit mache ich das direkt zu. Was für Auswirkungen hat das noch? Wir kommen jetzt da irgendwo weiter. Ich hoffe es. Ne, können wir nicht. Dadurch kommen die Blasen hoch. Ah, ich muss ein paar Blasen durchmachen. Oder lassen wir dann den alten wieder zumachen. Und die weiterführen. So wie mit diesem einen Schalter mit dem grünen, das vor zwei, drei Let's Place gewesen ist. Verstehe. Verhalten wir uns mal. Einer ist durchgekommen, das reicht. Dankeschön. Nach oben oder nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Schönen. 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 Ah, nein. Ich lass den dagegen dengern, ne? Ne, klappt nicht. Schade. Schade. Das geht schon mal nicht. Ich brauche irgendwas um das Kapost zu hauen. Da kommen wir erstmal nicht durch. Also Schwierigkeitsgrad zieht ganz schön an. Finde ich nicht schlecht. Sehr gut. Klimbim, Klimbim. Zack. Ach komm. Zack. Dreck nochmal. Zack. Was? Zack. Oh. Vielleicht haben wir da irgendwelche Erfolge auf Steam freigeschaltet, wenn die Karten genutzt sind. Aber halt wieder was für Sammler. Okay, wir sind angekommen. So, wohin damit? Darunter. Boah, ist das gemein. Ach, du Schande. Das ist sehr ärgerlich. Okay, hier sollten wir etwas vorsichtiger durch. Das gibt's nicht. Ach, du Schande. Und der explodiert jetzt. Ghhh, haben wir da einen Kontrollpunkt? Haben wir. Okay. So, da muss man sich durchschießen irgendwie, sonst klappt's nicht. So ist die Frage, müssen wir hier runter. Okay, mal hier runter. Ja, wir sind richtig. Sehr gut. Na bitte, lauter, alter, lauter, sing, sing. Ah, die Orgel ist wieder. Ah, hier ist unser Abschiedslied. Weiter geht's. 너무 sicher. Ja, da ist die Frage. jokes. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Das ist aber nicht ohne hier. Das ist aber doch Richard Aladin mit dem fliegenden Teppich am Ende. Travemsche, travemsche, travemsche. Ich muss hier drehen, weil wir in die Richtung müssen. Tschüss, tschüss, tschüss. Irgendwas hat mich kaputt gemacht, ich habe nicht genug Energie gehabt. Nicht genug Energie. Wir müssen nicht in die Richtung, wir müssen irgendwie nach da. Auf jeden Fall machen wir hier mal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin. Dann... ... ... ... ...